Jürgen Klinsmann ist neuer Trainer bei der Hertha. Das gab der Hauptstadtclub jetzt bekannt. Der ehemalige Bundesliga-Trainer übernimmt die Nachfolge von Ante Jovic. Klinsmann war bereits als Aufsichtsratsmitglied für die alte Dame tätig. Auf der Trainerbank saß er zuletzt von 2011 bis 2016 als Nationalcoach der USA. Sein letztes Engagement als Bundesliga-Trainer liegt zehn Jahre zurück. Damals war Klinsmann bei den Bayern. Nach Berlin bringt der 55-Jährige als Co-Trainer Alexander Nuri und Markus Feldhoff mit.